Mit dem Gesäß einmal auf die Fersen kommen, mit dem Oberkörper jetzt nach vorn kommen, die Hände nach vorn legen, Stirn auf die Hände ablegen, Schultern hängen lassen, locker fallen lassen, tief ein- und ausatmen. Wenn Sie weiterkommen, können Sie die Arme gerne nach hinten nehmen, Oberkörper wieder fallen lassen, Schultern fallen lassen. Tief ein- und ausatmen. Machen Sie diese Entspannungsübung nach dem Programm oder zwischendurch.